neid also Waffen in der Einer als auch weg auf der toll kann ich Kassido Barstisch getränkt etwas zu saufen wie er hat er gesagt ob getrennt als in dem Wort war er checkt der Nils das war ja da checkt der Nils dann nehmen wir noch mal Kaffee, ne Wasser, ne nochmal Bier Ist wird ja auch irgendwie voll, hat man hier irgendwie Nein, ist es so nicht mehr Autofahrt, ich will nicht So, wie kann man denn jetzt hier schlussspielen? Muss das ja eigentlich nicht im Inventar sein? Kann der auch noch gleich im Inventar Nö Zigaretten? Null Oh, ich kann nicht trinken, ich kann nicht trinken Wie kann das machen? Ah Oh, 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 oh Was Wackelt bei dir auch schon der ganze Bildschirm? Ohja, ja Erst mal trinken Oh, Ist das krank Oh Jetzt nehmen wir nur die Flasche dem Wodka Slasht getränk Oh ja Uuhuhu, Oha, Ist das so wie ich soll jetzt hier spielen Prozent Prozent das spielt es lässt dass sie nur das war aber so sehr ganz schlecht das lässt Kassel Karls Kasselow K der Fähigkeiten die Probe ist das auch noch aus das Prozent 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 Leuchttemberg oder das wackelt auf das Kippsdorger das ist auch der Falle zackt Nürnberg er soll trinken muss danach liegen Prozent 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 und dann machen wir die Verkehrskontrolle als er so vorwurten fürs Auge das alles bewegt aber der Körper bewegt sich einfach nicht Prozent Prozent kommt so aus hier wird es wieder rauskommt jetzt einmal Elie also ich gewollt war auf Polizei oder hier ja nur ich war jetzt beim Auto rum warte mal sie vielleicht hat das auch du hast doch keine Füße ich steig mal ein das auch ist das Polizei oder hier steig mal ein die wird lachen werden das ist das auch hier schlägt dich einer mit einer Flasche gar nicht hast du noch einen Füderschein sehen wir gleich oh ist das Ekel das wird so wackelt hast du keinen Füderschein machen wir noch mal Slash hol das Taxi ich schläge dich immer wieder Schaufel au auch nicht mich, der wird wieder Schaufel schlagen das wackelt das du weißt, dass man dafür gebannt wird er hat angefangen fang ich sie mal Leben nicht, man komm wir ran einfach weg ich sie mal Leben, komm wir ran einfach weg ja komm das Fahrrad abziehen scheiße hier schießt jemand ja auch Raum wir haben das wackelt so alter ich spiel zu gewählt wo das Dach wo auf dem Dach auf dem Dach auf dem Dach auf dem Dach ich sehe es nicht Abonnenten Kaufe 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 Ich kann sie lesen Das wackelt so Wehmenu Ja ich Das mache ich auch gerade Lass RK 87,40 kaufen Geht nicht Warum nicht Warum nicht Wachmannschwein Frau, wir kommen bei denen Machen wir Ja, woher bekommt man den Ich weiß nicht Charlie Aber Also kommst du Charlie Machen wir einen Waffenschein Ja, wo kann man den machen Wo bist du Boah, ich weiß nicht Waffenverkauf vielleicht Abonnenten Nein Ja toll Erstmal rumbacken Das wird Nicht Ah, ich komme Ich soll Komment Ich soll Komment Geschrieben Tschüss Charlie Ich schreibe mal kurz Charlie wird nicht mehr Tage Schrieben Der fährt mich zum Waffen, wo ich Waffenschein machen kann Alter, wo ist das? Ja, ich zeig's Sachse, der Mocke Bleibt halt einfach Bis vorne, links oder rechts abgebogen Keine Ahnung Ich bin jetzt beim Busdings Okay, rechts Nick Lohrss Hallo Nick Lohrss Nick Lohrss Nick Lohrss Nick Lohrss Nick Lohrss Das ist auch Pultbahnhof Wo seid ihr? Hinten bei Fahrschirm Fahrprüfung Bei Fahrschule meister Alter, ich kann nicht mehr meinen Bus fahren Wollen wir mal Fahrschule machen? Ja, das Fahrschule machen Flash Fahrprüfung Autoschein Du hast noch eine Fahrleitzelssperre Scheiße Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Einfach mein ganzer Chat volles mit Du hast kein Motorradschein Flash Navi, was machen wir dann? Ja, ähm Illegale Auto Ja, lass die will auch gehen Autodyp Klar, wollen wir da mal hin? Ja, das wird auch das Klaus Und dann musst du sie dir abbringen Abgeben Okay, machen wir das? Autotyp sein das war es auch zu sein 8 und jetzt hätte er kurz ist das ich weiß nicht wo wir aus der Drogen dieser Platz oder Waffen macht jeder Platz da geht wieder heute ist der Waffe wo er kann er auch mal ein lustiger Beruf oder wir wollen die Waffen die Läge ist in der Stühle ja ist plötzlich nach dem Auto auch gar nicht hier können laufen ich will wo bist du der Waffen der Platz ist das genau neben mir hallo aber nicht ja was mache ich jetzt für sie vorgleich mit Geld abzunehmen überhaupt der Waffe leisten kannst hast du genug Geld neulich die Bekannte wo es sollte einigen Atem sein eigentlich erst mal was trinken also ich bin jetzt in der Hauptstraße gleich ich bin zwar ja ich auch so und nachher wir treffen uns an der Hauptstraße wir treffen uns an der Hauptstraße also aber der Brunnel ist wenn ich jetzt wir sind Taxis kann ich da vielleicht einsteigen du hast doch kein Führerschein Mann ah ich bin okay okay ich bin fast da ist das eine ATM? ich bin es kanten aus ich bin es kanten aus warum bist du krank aus? weil ich gerade am Vorbeilauf also ich bin da beim Waffendealer Platz ich auch gleich 5 Minuten höchstens da kniefe 5 Minuten 3 ich bin da glaube ich dir nicht werbe werbetafel gehört Lauch kaufe Willen Villa Strichhausen L.S. 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 es geht nicht wenn wir Waffen haben da muss so Waffentieder finden L.S. 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 so das L.S. L.S. Sie ist это das war was kaputt nein ich trage alles mit TFT auf jeden Fall ALLO alle 8 das er kostet jemand wo es dann waren die Leitungsweiß zu sagen weil er was lässt was der Busfahrt schätzt J.S. J.C. J.C. wo ist ein Waffen-Tieb